Der Wettbewerb Ich hoffe, du hast einen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin wirklich absolut. Guten Tag. Sie sind ein beweglicher Arzt-Trupp. Wir sitzen mit einem Rettungsästenten, einem Arzt und einem Kraftfahrer. Auf dem ganzen Tag. Und Sie sind Arzt? Nein, ich bin der Rettungsästent. Ich bin der Truppführer und Kommandant auf dem Fahrzeug. Und das ist mein Arzt. Wollen wir mal gucken, ob das schafft? Hallo? Guten Tag, Herr General. Da geht unser Blick und unsere Gedanken zurück in die Vergangenheit an so Menschen, ihnen an. Besonders das, Kameraden vom Kommandos Spezialkräfte, wir schützen uns, die wir hier weit weg von der Heimat. Sollte flower, wir schützen uns, die wir hier einfach nicht. Und hier können wir gerne auf die Hände, denn es sieht nicht aus. Ich bin der Knie aus, dass ich komme. Im Oktober 6 Sekunden und damit wir schon mal schauen, Ihr Bild ist echt nicht, dass er.